Wenn du ein kleines Baby oder ein kleines Kind hast oder vielleicht schwanger bist, dann wird früher oder später das Thema Schlaf für dich ein ganz entscheidendes Thema sein. Und genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Ich freue mich sehr, dass ich heute die wunderbare Susanne Mierau bei mir zu Gast habe. Du kennst sie vielleicht von ihrem Blog Geborgen Wachsen. Wir sprechen über das Thema Familienschlaf. Wie kannst du als Mutter, als Vater auch zu deinem Recht an Schlaf kommen? Und wie wichtig ist das eigentlich? Viele, viele Themen rund ums Schlafen besprechen wir in diesem Video. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuschauen. Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du bei mir heute zu Gast bist. Du warst eine der allerersten, die einen Blogartikel über mich geschrieben hat. Und deswegen werde ich, habe ich gerade schon zu dir gesagt, werde ich dir für immer dankbar sein, weil du in der friedlichen Geburt so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hast. Und das war einfach eine ganz, ganz tolle Unterstützung damals. Und ja, du hast viele, viele Bücher schon geschrieben. Jetzt gerade ist dein neuestes Buch erschienen, über das wir heute sprechen wollen, über Familienschlaf. Und vielleicht möchtest du dich auch nochmal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen und deine Arbeit. Ja, ich freue mich auch sehr, heute bei dir sein zu können. Und überhaupt, ja, deine Arbeit ist auch für meine Arbeit einfach wichtig, weil es ja die Basis liegt, die Geburt für alles, was danach kommt. Genau, und ich bin Susanne Mirau. Ich bin Kleinkindpädagogin und Familienbegleiterin und habe auch eine Ausbildung zur Geburtsvorbereitung und so weiter. Und begleite jetzt seit 20 Jahren Eltern und seit ungefähr elf Jahren auf meinem Blog geborgen wachsen und den Social-Media-Kanälen und schreibe auch noch passende Bücher dazu. Ganz genau, ganz genau. Dein neuestes Buch, das Schlafbuch für die ganze Familie, das halte ich mal kurz in die Kamera für alle, die gerade zuschauen. Das hat so einen schönen Untertitel, nämlich mehr Ruhe, Energie und Ausgeglichenheit für Babys, Kinder und Eltern. Und viele, die uns jetzt zuhören, werden wahrscheinlich jubeln und sagen, oh ja, genau das, genau das brauche ich, genau das will ich. Meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter, die sind alle so in der Pubertät. Aber ich erinnere mich noch sehr deutlich an die ersten Monate mit Babys, an die ersten Jahre mit kleinen Kindern und wie groß das Schlafthema bei mir war und was das für eine große Belastung war, zu wenig Schlaf zu bekommen. Und mich würde interessieren, wie du darauf gekommen bist, genau über dieses Thema ein Buch zu schreiben. Und ja, vielleicht magst du auch ein bisschen was verraten aus deinem Buch und ein paar Tipps mitgeben für diese Podcast-Folge. Genau, also ich wurde gefragt tatsächlich von meinem Verlag, ob ich nicht auch ein Buch übers Schlafen schreiben könnte. Und ich habe gesagt, also es gibt ja schon total viele Bücher über Schlaf für Babys und Kleinkinder. Und ich muss mal kurz drüber nachdenken, weil es muss ja nicht alles immer das Gleiche geschrieben werden. Und dann habe ich mir die durchgeguckt nochmal und mir ist aufgefallen, dass die wirklich toll sind für Babys und Kleinkinder, aber dass das nicht systemisch betrachtet wird. Ja, und Schlaf ist ja einfach etwas, also auch aus der ganzen Menschheitsgeschichte gesehen heraus, etwas, was halt in der Gruppe stattfindet. Ja, und wir alle brauchen ja Schlaf und das kann aber nur funktionieren, wenn wir gut zusammenarbeiten. Ja, und wir haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse innerhalb von Familien, unterschiedliche Schlaftypen auch oft und so weiter. Und das muss alles gut ineinander greifen, damit eben gerade nicht insbesondere die Mütter benachteiligt werden mit dem Schlaf. Und das findet aber statt und das auch über ganz viele Jahre hinweg mit Langzeitfolgen manchmal. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss ein Buch schreiben, was das alles in den Blick nimmt und insbesondere Müttern hilft. Weil es sowas gibt wie einen Gender-Schlaf-Gap, habe ich gelernt. Genau, und das ist ja eingebettet, wir reden ja zum Glück mittlerweile ganz viel über den Gender-Care-Gap, also diese ungerechte Verteilung von Sorgearbeit. Und Schlaf macht da aber einen ganz großen Teil aus, weil es so stark auch beeinflusst, wie wir sorgen können, wie erschöpft wir sind und wirkt sich auch auf den Alltag aus, auf Freundschaften, auf die Paarbeziehung, wenn man eine hat, und auf Erwerbstätigkeit. Also es ist wirklich so doll. Absolut, absolut. Also ich erinnere mich auch, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ein anderer Mensch oder gar kein Mensch mehr. Ich hatte irgendwann wirklich das Gefühl, mich nicht mehr wiedererkennen zu können mit dem starken Schlafmangel. Und da hast du total recht. Natürlich, jemand, der ausgeschlafen ist, kann ganz anders auch einsteigen ins Leben und auch in die Care-Arbeit, in alles, als jemand, der wirklich so übermüdet ist und über lange Zeit vielleicht auch. Ich habe das damals so gemacht mit dem Papa meiner Kinder, dass wir uns das aufgeteilt haben tatsächlich. Ich habe selber gestillt, das heißt, es war immer nur so, also man konnte es nicht ganz aufteilen, aber mir wurde dann halt zum Stillen dann auch das Baby gebracht. Und wir haben geguckt, dass wir nicht im gleichen Bett schlafen, sondern dass immer einer wirklich auch mal ein paar Stunden wirklich gut und in Ruhe Schlaf bekommt. Ist das was, was du auch empfehlen würdest? Genau. Also es gibt ja ganz viele Lösungsmöglichkeiten, je nachdem, also wie die Familie aufgestellt ist und was auch die unterschiedlichen Bedürfnisse sind. Und ich finde es total toll, was du sagst, dass ihr dann getrennt geschlafen habt, weil das ist ja oft auch in unseren Köpfen so drin, wir müssen unbedingt als Paar zusammenbleiben, auch wenn es bedeutet, eine Person bekommt weniger Schlaf. Oder muss ich mehr um die Kinder kümmern? Oder was ist, wenn eine Person schnarcht total? Ja, bloß weil wir denken, wir müssten zusammen schlafen, das dann durchziehen, obwohl wir echt drunter leiden. Und da halt so Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, was brauchen wir eigentlich? Ja, und dass es total in Ordnung ist, das so aufzuteilen, dass man unterschiedlich schlafen kann. Oder dass noch zu gucken, kann ich auch gut schlafen, wenn ein Kind in der Nähe ist? Ja, oder also mich berührt oder muss das halt im Beistellbettchen liegen? Also da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und sich erst mal freizumachen von diesen Glaubenssätzen und dann zu sagen, was brauchen wir eigentlich, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja, im Grunde hat es sich ja auch total verändert. Dieses, wir legen unser Kind ab im Kinderzimmer, machen die Tür zu, lassen es schreien, machen Schlaftrainings. Und dann schläft es schon irgendwann und dann schläft es auch relativ zügig vielleicht auch eine Nacht durch oder so. Und ich schlafe eben im Elternschlafzimmer. Und so sind wir ja zum Glück weggekommen zum Familienbett. Also dazu, dass wir im Rudel, wollte ich gerade sagen, in der Familie schlafen. Und dass wir vielleicht da auch keinen Schlaf finden, weil wir halt immer meinen Fuß im Gesicht haben und dies und das. Also ich zum Beispiel konnte nicht gut schlafen im Familienbett zu fünft. Mir war das einfach zu eng, gerade wenn ich an beiden Seiten Kinder hatte, habe ich gemerkt, ich komme einfach gar nicht runter. Ich komme nicht in den Schlaf, ich finde nicht mehr in den Schlaf. Also es sind so zwei Extreme sozusagen. Und vielleicht magst du darüber auch so ein bisschen erzählen, also über die Historie und wo kommen wir eigentlich her und was brauchen wir eigentlich? Ja, weil es ist total spannend zu sehen, dass sich ja unser Schlaf so entwickelt hat, weil das für uns als Menschen sehr sinnvoll ist. Also einmal wie Kinder schlafen und wie Babys schlafen, wenn man darauf schaut, dass man feststellt, wie krass, das ist so sinnvoll, dass die diese kleinen Schlafhäppchen nur haben am Anfang, dass sich das nach und nach entwickelt. Und genauso ist es eben mit eigentlich unserem Schlafbedürfnis, dass wir als Menschen eben eher zusammenschlafen, weil wir ja einfach ziemlich schutzlos sind. Ja, also so als Mensch, du hast ja jetzt keine, du bist nicht besonders wachsam, du hast keine scharfen Zähne, du bist nicht besonders schnell. Ja, wenn du draußen schläfst, ohne Gruppe, ist das sehr, sehr schwierig. Und deswegen sind wir eigentlich Menschen, die in Gruppen schlafen. Ja, also dass wir unterschiedliche Schlaftüfen haben, ne, Eule, Lerche, was dazwischen, damit wir uns, ne, manche gehen früher schlafen, manche gehen später schlafen und können deswegen gut auf andere achten. Und dann haben wir eben auch noch die Verteilung in den Altersgruppen, dass Menschen unterschiedlich schlafen, damit sie halt das gut aufteilen können. So, und eigentlich ist dieses gemeinsame Schlafen ja über Jahrtausende hinweg praktiziert worden. Ja, und dann irgendwann kam halt das, ah, wir schlafen jetzt getrennt und Privatsphäre beim Schlaf ist ganz wichtig, aber Familienleute müssen in einem Bett schlafen, damit sie halt irgendwie Nachkommen zeugen, aber auch nur, wenn sie verheiratet sind. Ne, also solche lauter Zuschreibungen kamen da. Aber selbst noch in der kurzen Vergangenheit haben wir eigentlich viel zusammengeschlafen, ne, weil es auch sinnvoll ist, sich gegenseitig zu wärmen. Gerade auch, ich habe so ein lustiges Buch gelesen über die Kulturgeschichte des Betts, ja. Und dass natürlich viele Menschen, die haben in diesem einen Bett, die haben da drin geboren, ihre Kinder geboren, vielleicht wurden sie selber da drin schon geboren, haben da drin ihr Leben verbracht und sind in diesem Bett gestorben. Ja. Das ist krass. Also so, finde ich, als Bedeutung von so einem Bett, ja. Ja. Und dass aber Betten ja auch eine Luxusgut eine Zeit lang waren und dann gab es auch in Unterkünften, ja, in Gasthäusern gab es halt ein Bett und da sind dann mehrere Leute, die kamen da an und dann haben die zusammen in einem Bett geschlafen. Das ist auch so, das ist, hä? Kann man sich kaum vorstellen, ne? Also einfach fremde Leute, die sich da so random getroffen haben. Und also, wenn man da drauf schaut und dass das eigentlich etwas ist, wir haben zusammengeschlafen und jetzt ist das so, dass wir sagen können, okay, dieses Zusammenschlafen hat Sinn, aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, geht das überhaupt für mich? Ja, und da haben wir auch unterschiedliche Sachen, die eben bei Erwachsenen Erwachsenen und auch bei Kindern dafür sorgen zu sagen, nee, eigentlich ist es mir zu eng. Ja, weil natürlich bei Familienbetten ist es ja auch wichtig, dass wir auf Platz achten. Elternbett ist nicht gleich Familienbett. Ja, weil wenn es zu schmal ist und wir dann immer so einen Fuß irgendwo im Gesicht haben oder sonst wo, da kann man nicht gut schlafen. Wir brauchen dafür Platz. Und vielleicht ist es auch so, dass man sagt, nee, für mich ist es halt nicht passend. Naja, ich glaube, für mich wäre es sogar passend gewesen. Wir hatten ein sehr, sehr breites Bett. Und, aber vielleicht kennst du das Phänomen, dass für mich vielleicht so, naja, so 20 Zentimeter übrig waren. Es war egal, wo ich in dem Bett geschlafen habe. Also es wurde sich halt dran gedrängt. Und wenn ich doch mal außen schlafen durfte, dann bin ich fast runtergefallen, weil es sich so an mich rangewanzt wurde, dass auch ganz viel Bett frei blieb. Also dieses, das Schlafverhalten von Kindern ist ja nicht unbedingt immer sehr kompatibel mit anderen Menschen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, da einfach wirklich drauf zu tun, was brauche ich? Ja, und was kann ich geben? Und wie können wir auch andere Lösungen finden? Es darf ja auch nicht zum Diktat werden, dass alle in einem Bett schlafen müssen. Sondern es geht wirklich darum zu sagen, du darfst schlafen und ausgeruht sein. Also du als Mutter sozusagen? Genau. Ja. Ja. Magst du erzählen, wie du das bei dir zu Hause gehandhabt hast oder handhabst? Also wir hatten Familienbetten, zeitweise halt auch mit drei Kindern drin. Und da hatten wir halt ein super breites Bett dafür, dass da alle ihren Platz gefunden haben. Und tatsächlich war das so, als mein großes Kind gesagt hat, das ist jetzt, also von sich aus, das ist ja auch so ein Ding, dass dann immer denkt, ja, wenn die erst mal im Bett sind, dann kommen die dann nie wieder raus. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ich möchte jetzt ein eigenes Bett haben. Und an dem Tag, ich bin sofort mit ihr losgegangen und habe mit ihr ein Bett gekauft. Und dann hat sie da drin geschlafen. So, und dann bei meinem mittleren Kind war das so, das war total schwierig zu verstehen, weil ich war ja erst mal dran gewöhnt, an das erste Kind, was total gerne an mir gekuschelt hat als Baby und so. Und das zweite Kind ist Autist. Und das wusste ich aber damals ja noch nicht und habe nicht verstanden, warum das wollte irgendwie in der Nähe sein, aber nicht in Körperkontakt. Und habe ich, aber ich habe auch nachts gestillt. Und dann haben wir das gemacht, dass das mit im Bett lag. Aber wir hatten so eine kleine Abgrenzung dazwischen unter dem Spannbett lagen, so eine kleine Wulst, damit es nicht zu nah dran war. Und damit war es dann in Ordnung. Okay. So, aber es wollte nicht so gerne in Körperkontakt schlafen. Genau. Und das dritte Kind hat dann auch super lange im Familienbett geschlafen und kommt immer noch manchmal nachts zu uns. Und das ist auch in Ordnung bei uns so. Ja, ja. Irgendwann ist man dann ja froh. Also jetzt war meine Tochter krank, die ist zwölf und hat dann nochmal so gefragt, kann ich bei dir schlafen? Und dann ist man so, ja, gerne, komm her. Also es verändert sich ja auch mit der Zeit und irgendwann ist man dann froh. Das kann man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, wenn man gerade so vielleicht auch darunter leidet, dass es irgendwann auch mal sich drehen kann. Genau. Und natürlich haben dann, wenn die Kinder groß werden, dann haben die aber auch nochmal manchmal nachts oder abends Bedürfnisse und wollen nochmal besonders in den Schlaf gebracht, begleitet werden, weil das dann so ein Moment ist, wo sie Sachen erzählen können und vom Tag loslassen können, wenn halt irgendwas besonders anstrengend war in der Schule oder weiß nicht, bei Liebeskummer oder so. Dass man dann halt da ist und das auch dann nochmal versteht, dass auch selbst, wenn man immer denkt, ah, die sind jetzt schon groß, sind sie ja trotzdem noch klein. Ja, also oder noch kurz auf der Welt und so viele Sachen sind immer noch neu und aufregend. Ja, ich persönlich habe damit immer so eine Herausforderung, weil ich halt eine Lerche bin. Also ich bin eher morgens richtig gut drauf und kann auch gerne früh aufstehen. Das ist in Ordnung. Aber ich bin abends wirklich richtig, richtig, richtig müde und da bin ich ja sicherlich auch nicht die Einzige, die mit der Einschlafbegleitung dann eben auch dementsprechend Probleme hatte oder hatte. Was würdest du denn da empfehlen? Hast du da irgendwelche Ideen, wie man das schaffen kann? Also ich merke auch jetzt, wo ich eben diese Jugendlichen bei mir zu Hause habe, dass abends eigentlich tolle Gespräche entstehen könnten. Also alle sind bereit, nur ich nicht mehr. Hast du da irgendwelche Tipps, wenn einfach die Rhythmen so auseinander gehen? Also wenn man so ein Eulenkind hat und selber eine Lerche ist zum Beispiel? Genau, dass man dann zum Beispiel abends einfach was Schönes zusammen machen kann, was halt ruhig ist, was einem selber entgegenkommt. Man kann es denen ja auch wirklich erklären, sagen, ich bin einfach wirklich zu müde. Also da nicht die ganze Zeit gegen den eigenen Rhythmus anzuarbeiten, sondern sagen, okay, für mich geht jetzt nur noch das und das. Wir können hier zusammen im Bett liegen und noch ein Hörspiel hören oder ein bisschen kuscheln oder wenn die Kinder größer sind, dann dürfen sie was vorlesen im Bett oder so. Also dass man schon sagt, ich bin hier, aber ich kann jetzt nicht mehr irgendwas Wildes machen. Dafür reicht einfach meine Energie nicht und das ist ja auch wichtig, dass ich ausreichend Energie habe für den nächsten Tag wieder. Ja, genau. Ich bin auch dazu übergegangen, manchmal so Witze zu machen, dass wenn meine Tochter so fröhlich ist am Abend, dass ich ihr dann sage, mach das doch mal morgen früh oder dass ich, wenn ich morgens total fröhlich bin, dass ich sage, jetzt kannst du das machen, was du gestern hab, jetzt bin ich bereit. Also man kann ja ab einem bestimmten Alter auch so ein bisschen damit spielen und ärgern, dass man einfach so feststellt, es gibt halt unterschiedliche Rhythmen. Ich fand es auch ganz spannend, dass du erzählt hast, dass es früher halt auch sinnvoll war, dass wir, dass nicht alle zur gleichen Uhrzeit plötzlich müde werden und in einen tiefen Schlaf fallen, sondern dass es eben wichtig war, dass manche aus dem Clan oder aus der Familie spät eingeschlafen sind und andere früh und ich finde, dass so ein Verstehen ja auch manchmal total helfen kann, um auch was zu akzeptieren oder nicht zu denken, ich mache jetzt gerade was falsch in der Erziehung oder ich mache irgendwie, keine Ahnung, begleite meine Kinder nicht richtig oder so, weil die müssten doch eigentlich schon dies oder das können, sondern mehr halt auch zu wissen und ich glaube, das kann man auch in deinem Buch ganz gut lernen sozusagen ja zu verstehen, was sind eigentlich, also ja, was macht den Kinderschlaf eigentlich aus und was ist da auch einfach normal? Ja, absolut. Wir haben auch hier eine Frage bekommen, ich hatte in meiner Community nachgefragt und da fällt mir das gerade dazu ein, mein Mann und ich haben großen Schlafmangel, wechseln uns mit der Einschlafbegleitung ab und wollen eigentlich nichts ändern, wir sind aber ziemlich K.O. und müssen uns auch noch vor unseren Eltern dafür verteidigen, die gar nicht verstehen, warum wir das machen und unser Baby verwöhnen, also Baby wohlgemerkt, verwöhnen wir unser Baby und fördern seine Unselbstständigkeit, vielleicht magst du ja dazu mal was sagen. Oh Gott, da sind so viele Punkte drin. Ja, ja. Also einmal, es ist halt echt ein großes Thema, dieses Generationenproblem, ne, also da, dass wir immer noch gesagt bekommen, dass Schlaf, Einschlafbegleitung und so weiter Kinder zu sehr verwöhnen würde oder abhängig machen würde und wir wissen eigentlich aus der Forschung wirklich, dass das Gegenteil der Fall ist, ne, also, dass das wirklich super hilfreich ist, dieses einfühlsame Eingehen auf Kinder, dass das halt vielen weiteren Problemen vorbeugt, ja. und die Generation vor uns ist aber wirklich anders aufgewachsen, ne, die haben ja einfach ganz andere Regeln gehabt, ja, die haben auch noch ein ganz anderes Verständnis von Lernen gehabt, ja, das war sehr auf dieses Belohnungsbestrafungsmodell ausgerichtet und dieses, ne, man kann es halt immer wieder sagen, diese Literatur aus der NS-Zeit, ne, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und die Nachfolger, die Mutter und ihr erstes Kind, habe ich hier auch da, ne, und diese Empfehlungen, die da drin waren, dieses, das Kind muss alleine in einem Zimmer extra schlafen, man soll es nicht zu oft rausnehmen, sofort nach der Geburt soll es da irgendwie hin und so, ne, das trägt sich einfach wirklich so fort und ist in den Köpfen einfach so krass drin, weil dieses Buch bis in die 80er Jahre aufgelegt wurde. Das ist so krass, ne. Und verschenkt wurde und Hebammen wurden geschult da drin, andere Pflegekräfte, Krankenschwestern, Krankenpfleger, also, ne, das ist einfach so eine Basis gewesen für viele Ausbildungsberufe auch, ne, und die Leute sind immer noch tätig in diesen Bereichen und das ist, wirklich ein Ankämpfen dagegen. Also, das ist einmal das Schwierige, ne, da dann standhaft zu sein und denen zu sagen, ihr habt es damals anders gemacht, ja, und ihr wollt das Beste für euer Kind, also für mich, ähm, aber wir machen es heute wirklich anders, ja, und, äh, im Sinne, dass es eurem Enkelkind dann gut geht. Also, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass, ähm, das mit dem, äh, gleichen Aufteilen oft, äh, manchmal auch so, also, so, so problematisch ist, weil wir nicht sagen können, dass 50-50 das Beste ist, ja, sondern, dass man gucken muss, ne, was du eben auch meintest mit dem Schlaftyp, ne, also welche, bei so einer Beratung dazu, gucken, okay, welche Schlaftypen sind da eigentlich in der Familie, ja, und harmoniert ihr irgendwie, dass ihr euch ergänzen könnt, ne, nicht, dass ihr 50-50 machen müsst, sondern, dass man sagt, okay, du bist vom Typ her vielleicht eine Eule, deswegen, äh, bleibst du abends länger wach, wenn das Kind vielleicht auch wach ist, oder du gehst früher schlafen, wenn das Kind früh, ähm, müde wird und du eine Lerche bist und dann übernimmt der Paar, also, äh, die Aufteilung muss im Sinne des jeweiligen Schlaftyps eigentlich erfolgen, ne, und nur 50-50 funktioniert nicht, und dann kann man auch gucken, okay, wenn das vielleicht nicht funktioniert, äh, wo gibt es Ressourcen am Tag, ja, also so Power-Naps nochmal zu machen zwischendurch und die müssen ja gar nicht super lang sein, ne, so 10-15 Minuten. Das hilft total. Genau, ne, einfach wirklich so, okay, und hier haben wir ein Zeitfenster, entweder vielleicht kann, äh, in der Partnerschaft das aufgeteilt werden oder, dass eine Freundin mal da ist oder ein Freund zum Aufpassen auf das Baby oder eben doch die Großeltern, ne, also darauf muss eigentlich, ähm, dieser Familienschlaf ausgerichtet werden. Mhm, also wirklich auch über den Tag verteilt, das ist total der spannende Punkt, wo ich auch denke, das kann man sich auch total gerne angewöhnen, äh, so einen Mittagsschlaf, ähm, zu halten. Ich weiß noch, als meine Kinder dann aufgehört haben mit Mittagsschlaf, dass ich gemerkt habe, jetzt geht es mir gar nicht mehr gut, weil ich brauche den, meine Kinder brauchen ihn zwar nicht mehr, und sich dann irgendwie, ja, so sein eigenes System zu kreieren, dass man am Tag dann auch noch ein bisschen was nachholen kann und vielleicht auch nicht nur eben in diesem Mittagsschlaf, sondern auch zwischendurch mal, ne, so habe ich dich jetzt verstanden. Ja. Ja. Also halt nicht zu spät am Abend, ne, weil sonst unser Abendschlaf da negativ beeinflusst werden kann, aber vormittags oder irgendwie bis nachmittags, so 15 Uhr, dass man da einfach wirklich so eine kleine Schlafpause einschieben kann und sich das eben auch tatsächlich erlauben darf. Ja. Ja. Ich finde ja auch, dass man sich, dass man da auch mal so, so was machen kann, so was Unpädagogisches, sage ich mal, ne, wie man setzt das Kind doch mal irgendwie vor eine, vor eine Serie oder so, um wirklich in aller Ruhe mal 15 Minuten die Augen zuzumachen. Also ich finde da so Alternativen zu finden auch total gut, also um, um wirklich zu schlafen und ich habe das selber so, oder ich merke, dass es so einen Reiz gibt, dann schnell am Handy zu sein und da sind so schnell 15 Minuten weg und dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich mir schlaf gönne, das sind die gleichen 15 Minuten, oh Gott, was habe ich mir jetzt rausgenommen? Also dieses, manchmal verliert man so Zeit am Handy und ich, und das mal so ein bisschen zu beobachten, das hat mir total gut getan und auch geholfen, so um zu sagen, nee, Moment, du kannst dir hier ruhig jetzt mal eine Viertelstunde oder auch eine halbe Stunde rausnehmen und schlafen, weil die hättest du jetzt auch verdattelt, also wenn, so und da hätte niemand was von gehabt, ne, das ist nichts zum Auftanken, also das Handy ist kein Auftankinstrument. Ja, absolut, das ist so wichtig, dieser Punkt, den du da ansprichst, dieses, ja, dass wir, dass diese Medien manchmal uns einfach so abhalten von Selbstversorger, ja, also schlafen, aber halt auch andere Sachen, du könntest halt in der Zeit wirklich was für dich tun und das ist ja auch abends manchmal so ein Problem, ja, also dass wir dann denken, okay, jetzt schlafen die Kinder und jetzt gehe ich nicht schlafen und tue mir wirklich was Gutes, sondern weil ich jetzt endlich Zeit habe, jetzt gucke ich eine Serie und esse noch irgendwie Chips dazu oder irgendwie so, ne, so, weil wir denken, also so ein bisschen wie so trotzig, jetzt habe ich endlich die Hoheit über meine Zeit und jetzt mache ich das, obwohl wir eigentlich wissen, Schlaf würde uns viel besser tun, als jetzt eine Serie zu gucken, ne. Ja, wobei ich das halt auch voll verstehen kann, also auch dieser Wunsch, etwas Unvernünftiges zu tun, also das hatte ich auch mit kleinen Kindern ganz stark, also diese, das ist so eine Ausbruchsehnsucht, würde ich jetzt fast nennen, also ich will raus aus dieser ständigen Verantwortung oder aus diesem ständigen vernünftig sein müssen und wenn jetzt endlich diese drei kleinen Kinderlein im Grunde schlafen, ich hatte dann wirklich eine Zeit, wo ich tatsächlich, also ich habe mein Leben lang nie geraucht, aber in der Zeit habe ich dann tatsächlich am Abend mit einer Freundin draußen Zigarette geraucht, weil es so krass und vernünftig war und ich irgendwie anscheinend das Gefühl hatte, ich muss da irgendwas, ja, irgendwas kompensieren oder so. Ja, na und, aber also das ist ja vollkommen richtig eigentlich, weil es uns zeigt, wir haben das tagsüber zu wenig und das geht ja dann eigentlich dahin, weil wir diese Überlastung an Care-Arbeit haben, ja, und dass wir, also diese ganzen Strukturen, die uns das schwer machen, dass wir zu wenig auf uns achten können, weil wir zu viel Aufgaben haben, zu viel zu tun zu haben, die sind letztendlich auch noch daran schuld, dass wir dann abends denken, okay, jetzt endlich habe ich Zeit und jetzt muss ich was machen. Also dieses Bedürfnis, da auszubrechen und endlich selbstwirksam zu sein, kommt ja einfach daher, dass wir es sonst nicht sein können, weil das nicht, ja, mütterfreundlich, nicht familienfreundlich ist, unserer Gesellschaft und dann hindert uns das auch noch am Schlaf. So, es ist einfach super fies. Ja, ja, total, total und man stellt sich selbst ein Bein. Ja, ja, aber, ja, also halt, ne, durch diesen ganzen Druck und durch diese ganzen Alltagsprobleme, ne, und deswegen finde ich es auch so wichtig, also nicht noch, noch mehr Schuldzuweisungen zu machen, zu sagen, du musst jetzt aber, so mit dem Zeitgefeind, du musst jetzt aber schlafen und das ist voll schlimm, dass du das nicht machst, sondern zu sagen, ja, das machen wir nicht, weil wir nicht gut behandelt werden als Sorgepersonen in dieser Gesellschaft. Also auch immer das Verständnis damit zu bringen für sich selbst. Ja, so ein Selbstmitgefühl, ne, das lernt man ja auch so schön in buddhistischen Meditationstraditionen, ne, dieses Selbstmitgefühl zu schulen, was ich auch wirklich, wirklich toll finde und dann eben auch zu merken, na ja, es kommen eben auch so Automatismen, die vielleicht zum Teil sogar selbstzerstörerisch sind, also ich meine, dieses Rauchen am Abend, das ist ja auch noch selbstzerstörerisch, also es ist ja so, irgendwie ganz doof, zu gucken, was für eine Sprache steckt denn da, also was steht denn wirklich dahinter und dem wirklich zuzuhören und das fand ich schön, jetzt hast du gesagt, dass am Tag kommt so viel zu kurz, dass es dann am Abend aufgeholt wird und vielleicht dann eben sogar auch so was Paradoxes dann dabei rauskommt und mehr noch vielleicht zu gucken, okay, gibt es vielleicht irgendwas, wo ich mich am Tag auch entlasten kann und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit haben kann, also wo könnte ich mir denn irgendwas schaffen und das ist dann wieder eher eine Denkaufgabe, denke ich, als dass es so ein Automatismus ist, also ein Automatismus ist das Greifen zum Handy, finde ich zum Beispiel oder das Gucken einer Netflix-Serie oder die Zigarette mit der Freundin, der Nachbarin, genau, aber ja, sich wirklich hinzusetzen, zu überlegen, okay, was lädt mich wirklich auf und manchmal sind das ja auch Sachen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, ich habe zum Beispiel super spät erst entdeckt, dass ich am Abend, wenn ich so wahnsinnig müde bin, Musik machen kann und dann wacher werde, also das ist zum Beispiel was, was ich ganz, ganz spät erst rausgefunden habe, wirklich erst vor einem Jahr oder so und was ich jetzt ganz gut nutzen kann, also dass ich entweder wirklich Musik anmache und tanze, egal wie peinlich das auch sein mag für meine Kinder und oft tanzt auch eins mit oder dass ich eben wirklich meine Gitarre raushole und singe oder was auch immer, also irgendwie Musik mache oder Musik höre und da lade ich auf und ich habe festgestellt, das sind halt Sachen, die ich schon immer gemacht habe, auch als Jugendliche gemacht habe und die mir auch da schon Kraft gegeben haben, also es muss jetzt nicht das sein für jeden, für andere, es ist vielleicht Sport oder irgendwas, wo man sagen kann, okay, kriege ich das vielleicht mit meinem Alltag, mit Kind auch hin, weil ich heute denke, ah Mann, hätte ich das früher mal festgestellt, es hätte mir geholfen, auch mit kleinem Baby in der Trage oder so Musik aufzudrehen und ein bisschen zu tanzen, das kann man auch mit kleinen Kindern oftmals ganz gut und dann lädt mein Akku so weit auf, dass ich noch eine Stunde ganz gut durchhalten kann und nicht in diese ganz, ganz schlimme, unerträgliche Foltermüdigkeit rutsche, so, ja. Ja, und ich glaube, das ist wirklich wichtig zu überlegen, was tut mir eigentlich gut, also dass dieses Muttersein uns ja nicht entkoppelt oder auch Vatersein, aber größtenteils liegen die Probleme ja dann bei den Müttern, dass es uns nicht entkoppelt von diesem Sein, wer wir vorher schon waren, also was hat mir immer gut getan, ja, und wenn wir da sehen, Musik oder Tanzen oder Sport oder Malen oder was auch immer es ist, ja, dass wir das wirklich schaffen, beizubehalten für uns, also als emotionale Nahrung sozusagen. Ja, als Ressource, ganz genau, ganz genau und manchmal dauert es ja dann auch gar nicht so lang, also wenn man, jetzt so einen Song dauert, vielleicht dreieinhalb Minuten oder so, aber man hat schon wieder richtig was, also aufladen können in dieser kurzen Zeit, genau, oder auch Malen, dann schafft man vielleicht jetzt kein großes Bild, wie man es früher gemacht hat, aber man hat vielleicht mal angefangen mit einem Bild und legt dann auch den Pinsel wieder weg, aber hat sich irgendwie diese fünf Minuten da rausgenommen. Ja, das kann wirklich, glaube ich, gut Kräfte ja wieder auffüllen. Ich würde jetzt mal ein bisschen loslegen mit den Fragen, die aus der Community reingekommen sind über Instagram übrigens, wo wir gerade so schön darüber gesprochen haben, dass wir nicht unsere Zeit am Handy verschwenden sollen. Ich glaube, was wir schon wirklich beantwortet haben, aber vielleicht magst du dazu trotzdem noch was sagen, ist, was hältst du von Schlaftrainings? Also die klassischen Schlaftrainings, also die, die wir alle kennen, jedes Kind kann schlafen lernen, hoffe ich, dass das immer mehr aus den Bücherregalen verschwindet, weil wir so viele andere Schlafbücher jetzt mittlerweile veröffentlicht haben. Ja, also nicht nur von mir, sondern ja auch von vielen anderen und dass wir das endlich beseitigen können, weil diese Schlaftrainings, also Schlaftraining kann natürlich wichtig sein und hilfreich bei wirklich bestehenden Problemen, also richtigen, echten Schlafproblemen, die aber eben nicht so häufig in der Baby- oder Kleinkindzeit auftreten, wofür diese Schlaftrainings aus diesen Büchern ja oft angeraten werden, sondern eben erst später, also bei wirklichen Schlafstörungen bei Erwachsenen, ja auch, gibt es auch Schlaftrainings und diese richtigen klinischen Schlaftrainings, da habe ich mich auch eingelesen, da wird eigentlich auch empfohlen, dass die eben nicht einfach so durchgezogen werden, sondern an die Werte in der Familie und den Erziehungsstil angepasst werden, also nicht dieses mach die Tür zu und Schluss ist und diese Schlaftrainings, einmal ist es halt das Schlimme, dass die ja so Stress hervorrufen und wir wissen nicht genau, wie negativ Schlaftrainings wirken können langfristig, aber sie können halt Einfluss nehmen auf das Stressverarbeitungssystem und was mir aber ganz, ganz wichtig ist, daran ist, dass diese Schlaftrainings unseren Kindern auf jeden Fall nicht vermitteln, dass Schlaf wunderbar ist, ja und dass es Erholungszeit ist und dass wir uns es gönnen sollten und dass es schön ist und dass man sich das gemütlich und zurecht macht, ja und ich glaube, das ist so ein Punkt, den sollten wir unseren Kindern auf jeden Fall mitgeben, weil es so wichtig ist für ihr ganzes weiteres Leben, dass sie darauf achten, ich hole mir Erholungszeit und die genieße ich und das darf ich und das ist wichtig und das ist schön und das machen wir nicht mit negativen Schlafassoziationen. Ich muss gerade daran denken, dass ich als Kind, als ganz kleines Kind immer mit ein bis zwei Kissen durch die Gegend gegangen bin und damit ich es mir überall gemütlich machen kann und zwischen allen Klötzen und überall schlafen konnte. Ja, das ist total der schöne Aspekt, also zu gucken, wie kann ich es mir eigentlich gemütlich machen, was brauchst du, Kind, für dein Schlafgefühl und dein Wohlgefühl. Das ist schön. Die nächste Frage ist, kann man Tag-Nacht-Rhythmus beim Baby fördern? Sechs Wochen alt, schläft tagsentspannt und länger am Stück, nachts sehr unruhig. Also, ich habe vorhin schon gesagt, dass dieser, also dass der Babyschlaf eigentlich ganz sinnvoll ist, weil wenn wir da drauf einmal schauen, diese kleinen Schlafintervalle liegen ja auch da dran, also dieses, dieser neue Mensch kommt ja aus dem Uterus auf diese Welt und alles ist so krass anders. Ja, also, einfach alles. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie krass das sein muss, zum ersten Mal Stoff auf der Haut zu spüren. Ja, und Wind und Luft und die Geräusche hören sich anders an. Alles sind neue Informationen und damit muss das Kind ja erst mal zurechtkommen. und dann hat dieser kleine Mensch nimmt was auf und dann muss das Gehirn das erst mal verarbeiten, ja, und speichern und daraus lernen, wie funktioniert denn diese Welt und deswegen schläft das Kind ein und verarbeitet das. Und dann hat es das verarbeitet und dann macht es wieder auf und schon wieder ganz viele neue Sachen kommen auf das Kind und dann schläft es wieder. Und nach und nach baut sich dann so ein Bild auf im Kind von sich als Mensch und von der Umwelt und diese Schlafphasen werden dann einfach länger. Es kann mehr Informationen aufnehmen, also über eine längere Zeit und dann verarbeitet es und dann verändert sich dieser Schlafrhythmus auch. Und das erst mal anzunehmen ist total wichtig, also zu verstehen, wofür ist dieser Schlaf eigentlich da und auch gerade dieser REM-Schlaf für die Babys besonders wichtig ist, wo sie das alles verarbeiten und lernen. Und gleichzeitig können wir das unterstützen mit dieser Anpassung an den Schlaf-Nacht-Rhythmus, indem wir eben zum Beispiel schon frühmorgens rausgehen. Also dieses, davon sind wir auch so ein bisschen entkoppelt vom Tagesrhythmus. Also hell und dunkel und Licht bekommen. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass für uns Erwachsene, dass wir möglichst frühmorgens eigentlich rausgehen und sagen, ah, der Tag ist da. Hier die Lichtrezeptoren, ich glaube, die sind sogar eher unten am Auge drin. Deswegen hilft es nicht, wenn wir eine Tageslichtlampe irgendwie hier unten machen, sondern wir brauchen Tageslicht tatsächlich so von oben und gehen dann raus und nehmen das wahr. Ja, und das Baby auch. So, und jetzt ist es hell und dann wird es halt später dunkel. Also das unterstützen wir tatsächlich mit diesem Spazierengehen, mit den Kindern so ein bisschen. und auch es wird oft noch geraten, dass halt dunkel gemacht werden soll, der Raum tagsüber, damit die Babys schlafen. Aber das ist ja eigentlich nicht so. Eine künstliche Nacht. Genau. Also keine künstliche Nacht schaffen, sondern halt tatsächlich, dass das Kind das lernen kann, wie ist dieser Tagesablauf und Rituale. Ja. Ja, magst du dazu noch was sagen zu Ritualen? Ich wollte dich gerade gar nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Aber dass das auch eben hilfreich sein kann, weil diese kleinen Menschen ja sich an irgendwas orientieren, ja, in ihrem neuen Leben. Und das hilft ihnen, wenn wir Regelmäßigkeiten haben. Die müssen nicht super streng sein, aber dass sie halt merken, aha, und jetzt passieren die und die Dinge und deswegen wird jetzt wieder die Zeit sein, wo wir uns zusammen einkuscheln. Ja, also sowas. Ja, was vielleicht auch noch helfen kann, um sich so ein bisschen da hinein zu entspannen, aus meiner Erfahrung mit drei Kindern, kann ich sagen, dass das passiert automatisch. Also die werden sich automatisch anpassen. nach einiger Zeit. Das braucht ein bisschen, aber das passiert bei jedem Kind. Und das ist ja logisch, dass das passiert und das ist uns ja eigentlich auch klar, aber vielleicht hilft es auch noch mal, das zu hören, dass die Kinder das auch ganz von selbst irgendwann machen. Ja. Und dass sich das verändert, dass sie sich anpassen. Genau. Und das ist ja, also mit sechs Wochen, man sagt ja, dass dieses erste Trimmon nach der Geburt ist ja noch so eine Nachreifezeit. Die kommen, also die Babys kommen ja so als physiologische Frühgeburten auf die Welt und reifen ja eigentlich noch nach. Also die müssen wirklich da ankommen und sich erstmal mit all dem so auseinandersetzen, was sie hier vorfinden. Ja, und ich frage mich auch, du meintest ja gerade, wie viel die dann so wahrnehmen und aufnehmen von außen, wie viel Impulse da auch kommen, ob das Schlafen am Tag nicht auch dazu beiträgt, also wie so ein Selbstschutz, um nicht zu viel aufnehmen zu müssen. Das kam mir gerade nochmal so in den Sinn. Ja, das ist, ja, auf jeden Fall, also dieses Verarbeiten und dann Cut machen. So, jetzt muss ich erstmal das verarbeiten und das ist ja, also super spannend, weil ich mache auch gerade so eine Weiterbildung, wo es darum geht, Interaktionsmuster zu sehen und dass manche Kinder tatsächlich ja auch Schlafen nutzen, wenn sie halt überreizt sind. Manche Kinder schaffen das nicht, aber manche Kinder nutzen eben Schlaf auch, um da gut abzuschalten. Ja, ja, und das ist ja eine total gesunde Eigenschaft eigentlich, also vielleicht hilft das auch, wenn man sagt, wow, mein Kind sorgt gut für sich, also vielleicht kann das auch helfen, um das, um besser mit den Anstrengungen, die damit einhergehen, auch umgehen zu können, könnte ich mir vorstellen. Die nächste Frage ist, wie kann ich bedürfnisorientierte Einschlafbegleitung machen und nicht dabei über meine Grenzen gehen? Es dauert seit einigen Wochen immer länger, bis mein Kind schläft. Ja, Ja, das ist, wir glauben, dass wir diese Einschlafbegleitung machen müssen, bis das Kind einschläft und damit sorgen wir dann nicht gut für uns. Und der Schlaf von Kindern verändert sich ja und manchmal ist es so, dass hier halt einfach der Schlafdruck nicht da ist. Das Kind wird nicht mehr so müde wie vor einem halben Jahr, weil es halt jetzt größer ist, weil es älter ist. Und unser Denken ist aber daran noch angepasst, okay, wir müssen jetzt ins Bett, du musst jetzt schlafen gehen, vielleicht auch, weil ich endlich meine freie Zeit haben möchte. so und dann quälen wir uns durch viel zu lange Einschlafbegleitung, weil das Kind einfach nicht müde ist, nicht genug müde ist und das hilft niemanden und erhöht nur den Stress und dann zu gucken, okay, vielleicht ist das Kind wirklich nicht müde und das muss länger aufbleiben, aber also das kenne ich auch und wir haben das so gemacht, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn du nicht schlafen möchtest, das ist jetzt auch so, wenn das kleinste Kind manchmal, das ist eigentlich eher eine Lerche und geht eigentlich früh schlafen, aber manchmal gibt es halt auch Tage, da geht es halt nicht so früh schlafen und dann sagen wir, okay, du kannst auch länger wach bleiben und noch spielen, aber wir spielen jetzt nicht mehr mit. Jetzt ist keine Spielzeit mehr für uns, wir sind hier, ja, wenn du dich jetzt einkuscheln möchtest, nochmal auf dem Sofa bei mir, das ist okay, aber wir machen jetzt keine Party mehr, ja, also wir spielen jetzt nicht mehr mit, wir machen jetzt nicht mehr gut, sondern wir sitzen jetzt hier und machen unsere Erwachsenen Sachen und das ist dann auch okay und dann zu sagen, okay, aber wenn du jetzt noch dann in den Schlaf begleitet werden möchtest, dann sagst du einfach Bescheid, ja, und dann kuschle ich mich nochmal kurz zu dir hin, wenn du müde genug bist. Ja, das kann dann auch sehr auseinander gehen, mit den Bedürfnissen, ich gerade auch wieder an meine Tochter denke, die sehr, sehr spät immer eingeschlafen ist, auch als ganz kleines Mädchen schon und es war herausfordernd zum Teil, ja, weil ich dann selber so müde war und ja, das dann alles noch so zu wuppen, das ist manchmal ganz schön, eine ganz schöne Zerreißprobe. und da halt wieder zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich manchmal bei der Einschlafbegleitung vor dem Kind eingeschlafen bin, beim Vorlesen. so müde ist es so, aha, ja, und dann, Mama, Mama, du bist eingeschlafen, und ich so, ja, schlaf doch auch ein, ne, und dann, manchmal ist es einfach so gewesen, dass ich dann ein, das war ja, also sicher das Kind, also ich liege da und dann hat das Kind einfach neben mir gespielt, obwohl ich schon eingeschlafen war, weil da konnte ich auch nichts dran ändern. Ja, ja, und das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, was du gerade so sagst, ja, da konnte ich dann auch nichts dran ändern, also auch loszulassen und zu sagen, ja, dann ist es eben so, also Perfektionismus ist sowieso, überbewertet und nicht möglich in der Elternschaft und dann ist es halt mal irgendwie anders, als man das vielleicht geplant hatte, ne, und das Kind bringt einen ins Bett, das Zweijährige. Ja, schön. Jetzt kommt hier noch eine Frage, Baby, lieber im Beistellbett direkt neben sich schlafen lassen oder im eigenen Bettchen weiter weg, damit die Entwöhnung, das Schlafen alleine später einfacher wird. Also man kann halt beides machen, es kommt eben darauf an, wenn du das Baby jetzt in der Nähe hast, es geht ja wirklich darum zu gucken, was macht mir den Alltag leichter, ja, also wie kriege ich ausreichend Schlaf und wenn du nachts dann aufstehen musst, rübergehen musst, das alles macht uns dann wacher und macht es dann schwerer, dass wir wieder als Eltern in den Schlaf finden. Ja, und das ist dann halt ungünstig. So, wenn du aber sagst, nee, das wird eh nicht so viel wach, dann kannst du halt auch in einem Bettchen nebenan schlafen, also nicht nebenan, im anderen Zimmer, im ersten Leben, mehr Lebensjahr sollen dir mit im Zimmer zur Vermeidung des plötzlichen Kindstuhs oder Prävention, also in einem eigenen Bettchen da schlafen, ne, und wenn die Kinder aber immer gelernt haben, bei uns zu schlafen, dann ist halt diese Nähe oft eine Brücke in den Schlaf, ja, und wenn wir dann was ändern wollen da dran, dann kostet es halt nochmal Energie, ne, das bedeutet nicht, dass was immer so sein muss, dann halt für immer bestehen bleibt, ne, also gerade auch Einschlaf stillen, ja, Einschlaf stillen, es kann super entspannt sein, ja, und irgendwann funktioniert es aber nicht mehr oder man möchte es nicht mehr und dann muss man halt eine neue Brücke in den Schlaf etablieren und das ist aber okay, ne, weil Kinder können eben auch lernen, ähm, dass was anderes sie auch gut in den Schlaf begleiten kann, aber dann müssen wir halt nochmal neue Energie investieren in dieses Beibringen dieser neuen Sachen, ne, und so, kannst du jetzt überlegen, will ich lieber jetzt gut schlafen und das Kind schläft immer in der Nähe, damit ich nicht viel aufstehen muss ähm, oder möchte ich jetzt weniger gut schlafen dafür, dass ich später keine andere Brücke ähm, beibringen muss, ja, so, das Beibringen macht man eh sozusagen, das ist nur die Frage wann und vielleicht wenn man dann mehr Kapazität hat oder wenn es auch ein bisschen, ich sage mal, natürlicher ist, ne, also ein kleines Kind braucht in der Regel ja noch mehr Körperkontakt als schon ein etwas Größeres ähm, genau und ich habe halt auch immer das Gefühl, dass man ein ganz gutes Gespür hat, also dass man einfach ein gutes Bauchgefühl dazu hat, zu seinem eigenen Kind, also ich finde ja immer, dass Eltern, die viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, wirklich die, ähm, ja, die Fachpersonen sind für, für diese Kinder, ne, und eigentlich, wenn sie auf ihr Bauchgefühl hören, ähm, da nichts falsch machen, oft gibt es eben diese, diese Angst, was falsch zu machen, was eben wirklich aus diesen ganz alten Geschichten kommt, was du vorhin auch meintest, was glaube ich so die, den Ursprung oder wo man es auf jeden Fall gut nachlesen kann, in diesem fürchterlichen Buch, ähm, findet, ähm, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, glaube ich, ne, heißt es, ähm, dass man denkt, wenn, ich müsste jetzt, ich muss über mein inneres Gefühl hinweggehen, gegen mein Kind arbeiten, um es dann selbstständiger zu machen oder um nicht etwas falsch zu machen oder so, weil dieses Buch ist halt so gestaltet, dass es immer gegen den Impuls geht, immer gegen den Instinkt geht, gegen den Mutterinstinkt oder Vaterinstinkt geht und, ähm, und das ist so tief in uns verwurzelt, dadurch, dass vielleicht unsere Eltern uns so, ähm, erzogen haben oder die Großeltern, die Eltern, wie auch immer, das ist in unserer, ähm, in unserer Geschichte, wahrscheinlich irgendwo steckt das da drin und dann bleibt da so eine Angst, was ist, wenn ich einfach, ähm, so lebe, wie es am angenehmsten ist, ist das dann okay und ich kann aus meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen, Susanne sagt du gerne auch nochmal was dazu, ähm, wie du das so empfindest, aber aus meiner Erfahrung ist das ein guter Weg, also der Weg, der leicht ist, der möglichst einfach ist, ist ein guter Weg, denn auch zum Beispiel ein Kind einen ganzen Tag lang vor irgendeinem Gerät zu parken, sag ich mal, ne, also vor irgendwas, vor irgendeiner Serie oder so, ist kein leichter Weg, weil man hat am Ende das total unausgeglichene Kind, was so, also was dann rumschreit und so weiter, weil es überhaupt nicht mal draußen war oder wie auch immer, das heißt, wir spüren, was sich gut anfühlt und das ist dann, und das ist dann auch leicht und, oder leichter, als dieses, sag ich mal, gewaltvolle, also gegen, gegen diese eigenen Instinkte anzugehen und zu sagen, nein, ich schiebe dich jetzt mal weg, damit ich dich schon mal vorsorglich irgendwo hin erziehe, ja, also das brauchen wir nicht, diese Anstrengung können wir uns auch einfach sparen. Ja, absolut. na, die, die Kosten von Anpassung von Kindern gegen ihr, also gegen ihr individuelles Temperament, also gegen ihr Wesen sozusagen, da gibt es ja so unterschiedliche Temperamentsdimensionen und unter bestimmte Vorstellungen von uns, die Kosten davon, das ist nie, das funktioniert nie umsonst, ja, also wenn wir sagen, wir wollen, dass das Kind, also egal in welcher Erziehungsfrage, dass das Kind jetzt durchschläft, obwohl es das nicht kann, diese Kosten, dann schläft es vielleicht, wenn wir viel Druck ausüben, aber das wird an einer anderen Stelle wieder auftauchen und anstrengender sein zu bearbeiten, als zu sagen, okay, wir gucken auf dein individuelles Schlafbedürfnis und wie wir das besser begleiten können, statt zu drücken. Und so ist es in vielen anderen Themen auch. Wir versuchen das kopfgesteuert, diese Kosten zu verlagern, aber meistens machen wir uns damit das Leben einfach viel, viel schwerer. So und deswegen, also ich will nie sagen, okay, wenn das nicht dein Ding ist, diese körperliche Nähe, dann musst du das trotzdem machen, ja, und dein Kind zu dir ins Bett holen, aber wenn es wirklich nur eine Frage des Mindsets ist, ja, also dass wir wirklich denken, das ist jetzt nicht gut oder wie wird das später, aber eigentlich, dass schon unser Ding ist und wir merken, dass eigentlich es ist, fühlt sich das gut an, ja, dann nicht vom Kopf steuern lassen, ja, weil diese Kopfsteuerung ist halt das mit diesen ganzen, was du gerade meintest, mit diesen ganzen Glaubenssätzen, mit diesen, das musst du, damit du gut bist oder weil so Erziehung funktioniert und das macht es uns so unglaublich schwer, unseren Alltag zu machen. Ja, und ich habe auch mal eine Mail bekommen von einer Frau, die Sorge hatte, das kleine, neugeborene Kind im Bett schlafen zu lassen, wegen Angst vor plötzlichem Kindstod, vielleicht gibt es da auch noch mehrere, die die gleiche Sorge haben, vielleicht magst du dazu auch noch mal was sagen, also manchmal ist ja auch dieses Kopfgesteuerte irgendwas, das man mal irgendwo aufgeschnappt hat und dann deswegen versucht sich irgendwie da möglichst optimal zu verhalten. Genau, also auch da, das ist natürlich auch wieder so eine Angst, ja, also so kopfgesteuert und man liest so Halbwissen oft oder hört Halbwissen zum Thema plötzlichen Kindstod und mittlerweile gibt es aber auch viele Studien, die eben zeigen, dass das nicht eine Sache, also natürlich ist es wichtig, wie gestalten wir die Elternbett- oder Familienbett-Situation, ja, also dass ausreichend Platz ist, dass das Kind nicht die Atemwege verdeckt bekommt durch Kissen, Decken, andere Menschen oder Tiere, ja, also das ist super wichtig, dass man darauf achtet, aber dass eben da in diesen Studien ganz viel so zusammengewurschtelt wurde, dass Kinder, dass gesagt wird, okay, die sind im Elternbett geschlafen, weil das Baby in Bauchlage auf dem schlafenden Elternteil lag und dann auf dem Sofa zur Seite gerutscht ist, dazwischen, zwischen Sofa und dann konnten die nicht mehr atmen, ne, also dass solche Sachen damit reingerechnet wurden und tatsächlich das Schlafen in der Elternnähe eben nicht das Problem ist, wobei aber natürlich wichtig ist, wenn man das macht, dass die Babys mit im Bett schlafen oder Kleinkinder, dass man halt darauf achtet eben nicht, dass da Rauch mit ins Zimmer kommt, ja, dass das ungünstig ist, dass die Erwachsenen nicht unter Drogen sind, die den Schlaf beeinflussen und auch das ist wichtig, wenn wir zu großen Schlafmangel haben, dann ist das ein bisschen so, als ob wir Alkohol getrunken hätten, ja, dann sind wir nicht mehr so, dass wir nicht mehr so gut reagieren können, deswegen ist es wichtig, dass man gut schlafen kann, damit das Kind auch bei einem schlafen kann, dass man da eben das gut gestalten kann, ne, aber also da, genau, da habe ich auch ein ganzes Tapitel drüber geschrieben, dass da viele falsche Annahmen kursieren und wir da eigentlich viel entspannter mit umgehen können. Ja, ja, und was man auch machen kann, das erinnert mich so ein bisschen an das, an deine Lösung mit dem, unter dem Bett lagen, dass du da sowas hattest, so eine kleine Barriere, ich finde, man kann auch total schön ein Stillkissen ums Baby legen, also das, das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Kind, bei irgendeinem Kind habe ich das, habe ich das eine Zeit lang gemacht, weil sich für mich irgendwie gut angefühlt hat, weil ich meinen Arm so schön drüber legen konnte, ohne jetzt das Gefühl zu haben, boah, das ist auch so ein Druck auf dem Baby, dass ich da einfach so ein Stillkissen ums Baby herumgelegt habe und so ein kleines Nestchen dann im Bett gebaut habe, sozusagen, es könnte vielleicht auch noch was sein, was jemanden inspirieren könnte, möglicherweise. Ich gucke mal, was hier noch für Fragen sind. Ist das Familienbett nicht auch für unsere Kinder viel zu unruhig? Wird hier gefragt. Genau und da auch wieder tatsächlich drauf gucken, ist das, also kann das Kind nicht schlafen, wenn andere da sind und laut sind? Also wir haben da einfach eine unterschiedliche Empfindsamkeit, wie wir gestört werden. Bei Müttern ist das oft so, dass sie das Gefühl haben, dass sie ja zuständig sind nachts und deswegen kann unser Gehirn gar nicht mehr richtig wohnen. Das ist immer, dieses Angstzentrum ist immer mit an und deswegen wachen wir bei, sprichwörtlich gesagt, jedem Piep auf. So, natürlich können auch Kinder manchmal ängstlicher sein, so von sich aus. Und da gibt es auch, ich glaube, da hat gerade die Inke Hummel ein Buch geschrieben über Angst und dass manche Kinder eben auch schon einfach stärker ausgeprägten Mandelkern haben, also dann ängstlicher sind und dass sie deswegen schneller wach werden können. Also da muss man dann individuell einfach gucken, was ist in der Familie, was brauchen die und brauchen die, oder tut es ihnen gut im Familienbett oder eben nicht. Immer diesen individuellen Blick auf die Bedürfnisse zu haben. Ja. Und nicht so sofort automatisch von sich auf das Kind schließen sozusagen. Ich komme nicht richtig zur Ruhe im Familienbett, möchte es noch weiter versuchen, aber wie? Genau, also vielleicht mit mehr Platz. Das hatten wir ja eben schon und wie gesagt, also das darf halt auch nicht das Dogma sein, dass man ein Familienbett haben muss, sondern also wie eure Lösung da war mit Aufteilen der Nächte, das kann halt auch super sein. Es geht wirklich darum, sich nicht überwinden zu müssen zu irgendwas, sondern eine gute Lösung zu finden, die sich wirklich gut anfühlt. Ja, beziehungsweise bin ich wirklich irgendwann ausgezogen aus dem Familienbett. Also das war ja die Lösung mit dem Teilen, war wirklich so die erste Zeit mit Säuglingen, mit unserem ersten Kind und später mit den drei Kindern bin ich irgendwann ausgezogen und habe woanders geschlafen, weil ich gemerkt habe, ich funktioniere sonst einfach am Tag so viel schlechter. Das bringt allen weniger, als wenn ich ausgeruht bin. Ja. Genau, und dem Papa der Kinder war damit irgendwie entspannt und genau, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bekam eben auch die Frage, warum schlafen diese Kinder quer? Warum habe ich immer einen Fuß im Gesicht? Das stört halt das eine Elternteil vielleicht weniger als das andere. Und das kann halt auch total sein. Also ich habe nie so unruhig geschlafen, bis ich eben die Kinder hatte und dann auch dieses, ich werde von jedem Piep wach. Also dieses ganz empfindliche Schlafen nur noch mit Oropax und nur noch, wenn wirklich alles ruhig ist und keiner irgendwie ein kleines Geräusch von sich gibt. Und das ist ja oft bei den Vätern nicht ganz so schlimm ausgeprägt, die vielleicht dann tatsächlich auch besser im Familienbett schlafen können. Ja. Hast du denn noch einen Tipp oder weißt du, warum Kinder gerne kreuz und quer schlafen? Oder quer vor allem? Die bewegen sich ja einfach noch viel mehr im Schlaf. Und das kommt, also manche Kinder haben da einfach auch einen Stärk, also eigentlich wird diese Bewegung gehemmt, im Laufe der Zeit. Wir kennen das aber, wenn kleine Babys manchmal so aufwachen und aus der Bewegung heraus, also wenn die gerade so anfangen zu krabbeln oder das aufsetzen lernen und dann machen die das halt im Schlaf und dann passiert das auch. So und eigentlich wird das halt bei uns unterdrückt, dass es im Schlaf nicht stattfindet, aber es braucht halt einfach Zeit. Und manche Kinder, auch da brauchen halt einfach längere Zeit, um eine ruhige Schlafposition zu finden. Susanne, ich danke dir sehr. Wir haben jetzt hier, finde ich, ein wunderschönes Interview gehabt. Wir haben über den Familienschlaf gesprochen und so viele Punkte angerissen. Magst du noch mal kurz sagen, wo man dich finden kann und vielleicht hast du ja auch noch irgendwas, was du gerne noch mitteilen möchtest oder so rausgeben möchtest noch an alle Hörerinnen und Hörer? Ja, ihr findet mich auf Geborgen Wachsen auf dem Blog oder dem zugehörigen Instagram-Kanal Geborgen Wachsen und bei Facebook und jetzt bei Threads. Also überall eigentlich, wenn ihr Geborgen Wachsen eingeht, glaube ich, landet ihr irgendwie bei mir. Und natürlich auch findet ihr meine Bücher in Buchhandlung und in Bibliotheken zum Ausleihen. Und ja, was ich euch mitgeben möchte, ist auf jeden Fall drüber nachzudenken, ob ihr wirklich gut schlaft und was ihr vielleicht braucht, um besser schlafen zu können. Da einfach wirklich ehrlich mal so einzukehren und drüber nachzudenken. Super. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Das war schön. Ja, sehr. Ja, das war es mit dem Interview mit Susanne Mirau. Ich freue mich sehr, dass sie hier zu Gast war und ich hoffe, dass es dir gut gefallen hat. Lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Du kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, wenn du ja Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft interessant findest und noch mehr darüber erfahren möchtest. Wenn du willst, kannst du uns auch gerne hier einen Kommentar dalassen. Wie ist es bei dir und dem Schlaf in deiner Familie? Wie handhabt ihr das so? Und wenn du Lust hast, kannst du auch auf Instagram unter die friedliche Geburt schauen und kommentieren unter dem passenden Post, wie es dir so geht mit dem Schlafen. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung, es wird besser werden. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald.